Donnerstag, 4.01.2018, 21.46 Uhr, Druckennutzungsrechte-Feedback kommentieren Eif, Type of Adi, gleich undefinit, Adi Vritia Descript, Integration der Asse-1, Dieselautos haben sich in Deutschland 2017 deutlich schlechter verkauft als in den Vorjahren. Nur knapp 4 von 10 Neuwagen hatten einen Dieselmotor, wie das Kraftfahrtbundesamt am Donnerstag mitteilte. Der Dieselanteil sank mit 38,8% auf den niedrigsten Stand seit 2009. Dafür hatten mehr Fahrzeuge einen Benzinmotor, 57,7%, einen Hybridantrieb, 2,5%, oder Elektromotor, 0,7%. Eif, Type of Adi, gleich undefinit, Adi Vritia Descript, Outstream-1, Eif, Type of Adi, gleich undefinit, Adi Vritia Descript, Mitte-2, der Diesel steht seit dem Skandal um Manipulationen bei Abgaswerten und wegen der starken Luftverschmutzung in einigen Städten in der Kritik. In mehreren Kommunen drohen Fahrverbote für ältere Diesel. Das verunsichert natürlich die Kunden, sagte ein Sprecher des Verbands der Automobilindustrie, VDA. 3,44 Millionen Neuwagen, insgesamt wurden im vergangenen Jahr drei, 44 Millionen Neuwagen zugelassen, das waren 2,7% mehr als noch ein Jahr zuvor. Der deutsche PKW-Markt wuchs im vergangenen Jahr das vierte Mal in Folge und erreichte damit das höchste Volumen dieses Jahrzehnts, teilte VDA-Präsident Matthias Wissmann mit. Der Verband der Kfz-Hersteller erklärt es so, das Wachstum des Marktes beruht auf der überdurchschnittlichen Steigerung der privaten Zulassungen, sagte Verbandspräsident Reinhard Zirpel. Und diese privaten Zulassungen seien insbesondere im zweiten Halbjahr auf die sehr erfolgreichen Diesel-Eintauschprogramme, fast alle Marken zurückzuführen. Allerdings wächst der Markt nicht mehr ganz so stark. 2016 hatten die Neuzulassungen im Jahresvergleich noch um 4,5% zugelegt. Deutsche Hersteller können von dem Plus auch kaum profitieren. Die Marke VW, auf die fast jeder fünfte Neuwagen entfiel, verlor 3,3%. Die Zulassungen neuer BMW und Opel stagnierten. Mercedes dagegen legte um 4,8% zu. Ausländische Marken kamen zusammen auf ein Plus von 8%. Eif, Typeof Adi, gleich undefinit, Adi Vriti Adi Script, Mitte unterstrich 3, die Autoindustrie gilt in Deutschland als einer der wichtigsten Wirtschaftszweige. Hierzulande wurden aber im vergangenen Jahr weniger Autos gebaut, die Produktion ging laut VDA, um 2% zurück. Parallel lassen deutsche Unternehmen mehr Fahrzeuge im Ausland zusammenbauen. Schwächstes Dieseljahr seit 2009, das zurückliegende Jahr, war das schwächste Dieseljahr seit 2009, dem Jahr der Abwrackprämie. Damals war der Anteil auf knapp 31% zurückgegangen. 2016 hatte er zuletzt bei 45,9% gelegen. Besserung ist nach Einschätzung der Beraterfirma Ernst & Jön nicht in Sicht. Für 2018 erwarten die Experten einen Rückgang des Dieselanteils auf 33%. Diesel stoßen in der Regel mehr umweltschädliche Stickoxide aus und führen zu höherer Feinstaubbelastung als Benziner. Dafür enthalten Dieselabgase weniger klimaschädliches CO2. Eif, Typeof Adi, gleich undefinit, Adi Vriti Adi Script, Mitte unterstrich 4, Eif, Typeof Adi, gleich undefinit, Adi Vriti Adi Script, Mitte unterstrich 5, der Staat fördert den Kauf von Elektroautos, mit Prämien 2,000 Euro für ein reines Elektroauto oder eines mit Brennstoffzelle, 1,500 Euro für ein von außen auf LED-bares Hybridfahrzeug. Autokäufer haben sich zwar vergangenes Jahr häufiger für alternative Antriebe entschieden.